Heute sind es die Kindesgauer Linder vom Tutscherbauer. Ein herzlichen Dank an den hohen Linderberg, dass er immer wieder auf unseren Alpen aufliegt mit seinen Jürgenbereitern. Tomatenzüttel. Bei mir. Oh, es ist sie. Oh, es ist sie. Oh, es ist sie. Oh, es ist sie. Einmal mit den Jürgenbereitern. Bauermarktes mit Almaprik. Organisatorisch geht es weiter. Es ist jetzt dann im Anschluss nochmals ein Festumzug, der beginnt wieder bei der Kirche und führt durch das gesamte Gelände und dringt bei der Tankstelle um und wieder durch. Wir feiern noch weiter jetzt den ganzen Nachmittag und in den Abendhinein vielleicht auch manche. Ich wünsche noch viel Spaß und bin natürlich hier noch weiter hier sprechen.